So meine Lieben, jetzt waren wir eine Stunde Gassi mit der süßen Billy, mit der Danten Pede und ich. Die Joyce habe ich heute heimgelassen, weil wir auf der Wiese gelaufen sind. Ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag. Schau mal, wie die Sonne scheint hier bei uns. Mega toll, wir haben jetzt Raumwetter und haben uns aber trotzdem schön warm angezogen.